So, da sind wir jetzt zurück bei Let's Play Minecraft Technik. Und irgendwie soll das Jetpack hier nicht wirklich gehen in der Hölle. Und das stimmt, das geht auch nicht richtig. Am nahe... Boah, nah vom Portal geht's immer, aber dann weiter weg geht's nicht mehr. Also, äh... Jetzt ist die Frage, wie kommen wir denn da runter zu dem großen, großen Lavasee? Ähm... Ich würde sagen, dass wir nach dahinten gehen. Natürlich ja, hier noch kurz. Waypoints. Add... Portal. So, kackgrün ist immer eine schöne Farbe. So. Dann lass uns miteinander... Oh Gott. Und wie ihr seht, hier gibt's auch so komische... Höllenerze. Gold und so, äh... Boah, ich muss aber erstmal... Entkommen vor den... Bösen Viechern hier. Nicht treffen. Leck mich doch. Hier zum Beispiel so. Oh Gott, die werden ja aggressiv. Okay, wusste ich auch nicht... Die Höhlenmenschen hier werden aggressiv, wenn man... Den hier Zeug abbaut. Und ich hab Angst, dass ich... Das Jetpack benutzen kann. Irgendwas passiert gleich. Irgendwas Schlimmes. Na, wir bauen hier noch kurz das Gold ab. Und in meiner alten Tech-It-Welt war es so... Weißt du, wenn ich hier irgendwelche Erze abgebaut hab... Dann die ohne Grund einfach explodiert sind. Also hier sehr vorsichtig vorgehen. So, und hier müsst ihr doch irgendwo jetzt... Da unten. Oh, hier ist noch Gold. So. Ja, damit. Gold ist ja immer toll. Ja, das meine ich mit hochgehen. Okay, jetzt... Okay, jetzt... Ich will sagen, dass das Jetpack geht. Oh, ja. Oh, fuck. Sie galt mich an. Oh, Gott. Mein letzter Schnitzel. Oh, komm schon. Moment mal kurz. So. Einfach, dass es kurz... Despawned ist das hier. Oh, mein Gott. Nein. So. Wenigstens ist... Schön... Irgendwie ist es jetzt nicht sonderlich... ertragreich. Zeit wage ich es... Hier ins Spring. Da ist ja überall nur eins tief. Ah, nee, hier sind schon zwei. Einfach mal draufbleiben. Tralalalalala. Funktioniere schneller. Hier ist es zum Beispiel die Musik gut, weil ich hier sage, jetzt ich will, mir fällt auch gerade nicht, wirklich ein, was ich hier gehen könnte. Außer, dass er vielleicht... Wir könnten mich ja mal adden. Wenn ihr Nieto-Speed-Roll-Spielt, addet einfach mal Pure LLP. So hat sich da in-game. Bin es, hab immer noch den VW Scirocco. Bin auch nicht sonderlich gut, aber... Ja, was noch nicht ist, kann ja noch werden. Das werden die heute auch noch aufnehmen. Also, ja. Wahrscheinlich jetzt, wenn der Part dann online ist, dann nicht mehr. Aber, äh... Einfach mal so. Das ist eine kleine Information. So, ja. Mh, mh, mh. Ach, geh mal weg zu Blüderstein. Kann ich mal hier hinbauen? Zack. Wenn auch noch eine größere Reichweite. Mh, 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 mh. So. Los, Lava. Ah, ah. Avira, ah, Avira. Okay, Antivir meldet sich wieder. Ich kann jetzt aber nicht... Aufnehmen ist viel wichtiger. Es gibt mir die vier. Netherstone. Äh, Netherrack. Äh, netherrack. 4 und es ist sehr viel angenehmer, ohne die ganzen... Monsterweiler... Das ist mein total irre. So, bö, Kamera bewegen. Ach, ich will auch an der Stelle bedanken für einen ganz Abonnenten. Ich hätte nicht gedacht, da ich so viel krieg. 300... 40 oder so, ich jetzt im Moment. Danke, danke, danke an euch. 200 Frames, okay. Lol. What? Da hab ich grad ziemlich oft Lava bekommen. Erschreckend oft. Äh, ich jetzt hab ich ein bisschen langweiliger, aber... Dann muss ich wenigstens nicht mehr... irgendwo hingehen, um... blödes Lava zu suchen für unseren... Lötermalgenerator, den ich oben übrigens auch stehen lasse. Äh, weil, für das wir so da zähle, definitiv bis zu teuer. Und jetzt... Kann ich es hier ab und ja. Boah, ich hab's was ab. Da ich dann nach vorne wieder anbauen kann. Schlau, ne? Ja, ja, ja. So, 1, 2, 3, 4, 5, 5, und dann nicht. So, so, und so. Oh. Und auf keinen Fall die Shift-Taste loslassen, sonst bin ich gleich im Tode geweiht. Äh, 43 noch. Oh, 36 noch. Ich glaub, wenn man so die Kamera stetig bewegt, geht's am schnellsten. Aber das sind jetzt ja auch die letzten 12, 10, 8, 7, 3, 2, 1, meins. So, und jetzt sagt mir, dass das Jetpack geht. Boah, Glück gehabt. Ähm, da oben ist ein Portal. Hm, eigentlich sollte das Jetpack ja nicht gehen, aber... Hm, ich beglaub mich jetzt einfach mal nicht. Und hier haben wir jetzt alles Mögliche. Hier gibt's sogar Laps, Lapsuli und... ...allen Scheiß. Deswegen baue ich jetzt hier trotzdem mal das Gold ab. Denn wie gesagt, Gold ist schön. Gold brauchen wir ja für die Zahnräder. Vielleicht wollen wir irgendwann nochmal eine zweite Quarry bauen. ...vererhöhten Materialertrag. Ah, jetzt ist noch Gold. Ja. Professionell in einer Flamme gelandet. Oh, ist ziemlich viel Gold. Ich hab Angst, gleich explodiert oder was. Okay, da muss ich hoch. Und... ...ich befürchte, dass ich hier irgendwo hochfliegen muss. Oh Gott. Boah. Puh. Ich hätte nicht gedacht, dass ich überlebe. Na, solange unser Jetpack wenigstens ein bisschen Saft hat... ...geht's ja noch. Da oben ist Glowstone. Jetzt ist ein bisschen Gold. Ich nehme es Gold mit, ist Glowstone jetzt nicht, weil das kann ich mir ja auch ertauschen. Und ich will mich jetzt da nicht hochbauen, weil ich will nicht unnötig lange in der Hölle bleiben. 23 Nether Gold. Ich glaub, das gibt dann aber auch nur noch 23 normale Gold. Und nicht wie bei den anderen. Irgendwie 46. So. Los. Ein Laps-Lazuli-Nether-Or. Okay, da kann ich zum Beispiel jetzt nicht mehr so hochfliegen. Wie so auch immer. Oh, oh. Nein, 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 nein. Boah. Heiliger. Heiliger Schosack. So. Nix wie nach Hause, sag ich jetzt mal. Tschüss. Tschüss, Halle. Tschüss. Zuhause. Wunderschön. Gut. So, dann kann ich das ja gleich mal zum anderen Nether-Or machen. Und dann ist komisch, das Schnitzel hier mal verbrennen. ENTiger 227. So. Verdammt, das hätte ich auch für Treppen verwenden können. Nein. Ach, egal. So. Lavazellen. So. Dann tue ich den Rest mal hier in die Truhe. So. Und wie war das jetzt? Kann das hier in den Messerator machen? Anscheinend schon. Also dann werden wir mal gucken, was das bringt. Irgendwie ist es komisch, dass ich so schnelles Vorspulteil habe, obwohl ich aufnehme. Und, äh, komisch. Normal habe ich ja mal so 20. Wieso habe ich auf einmal 40-fach? Hm, komisch. Naja, soll mich nicht stören. Haben wir hier viel. Oh, Golddust. Also eins gibt auch ein Golddust. Oder? Bei 22 gehe ich mal kurz pennen, dann dürfte es ja eigentlich nicht so lange dauern. Oder vielleicht hängt es auch da dran, weil ich auf Peaceful habe, dass deswegen ganze Monster nicht mehr da sind. Das ist ja eigentlich auch. Das könnte auch sein. So, da penne ich jetzt noch mal kurz so. Einfach so. Und dann kann ich die Monster wieder anstellen, sonst vergesse ich es wieder. Und dann müsst ihr wieder Kommentare schreiben, um mich zu erinnern. Aber naja. Ich habe ja übrigens, um Need for Speed World zu spielen, meinen alten Rumble Pad 2 wieder rausgeholt. Das ist ein alter, kabelloser Controller von Logitech. Nee. Was? Hä? Jetzt sind noch sechs Gold-Ohr drin. Jetzt muss ich gucken. Das kann irgendwie nicht sein. Hm, jetzt müsste es eigentlich fertig sein. So, sei fertig. Ja. Aus sechs gibt es hier ein zwanzig. Hä? Also, wie kommt man da? Vier. Okay. Da überlege ich mir jetzt... Ja, da tue ich mir definitiv mal überlegen, ob ich öfters mal in die Hölle gehe, um was zu farmen. Und das sieht auch schön voran. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt noch das Zeug hier an und dann penne ich bis es Tag hört und dann tue ich am Dach weiterbauen. Dass wir da jetzt dann auch bald mal fertig werden. Nicht eher oder fünf Millionen Jahre brauchen. So, die Kakteen ernte ich erstmal nicht. So. Simulating the World. 3, 2, 1, 0. So. Easy. Und dann. Ja. Hängt wirklich an den Monstern. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh, da ist der Part auch vorbei. Okay. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hängt. Ja. Torn. Torn.